Hallo, ist da jemand? Hi! Na, wie geht's? Ich bin Trixie, deine helfende Hilfe für diesen Winter. Denn mir wurde erzählt, dass du ein bisschen Hilfe brauchst bei den Weihnachtsvorbereitungen und deswegen wurde ich geschickt, um dir einfach so ein bisschen zu helfen, ein bisschen zu dekorieren, ein paar Rezepte auszusuchen für Heiligabend. Und ja, wie hört sich das an? Ja, cool. Bist du schon aufgeregt? Sehr gut. Meine erste Frage an dich wäre, ob du denn schon einen Weihnachtsbaum hast? Nein. Okay. Die hat nicht unrecht als die Meiden. Das heißt, können schon unvorbereitet. Ach, nichts. Dann suchen wir mal gemeinsam einen aus. Soll es denn ein großer Weihnachtsbaum sein? Ein ja kleinerer Weihnachtsbaum. Einen kleinen, okay. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was du brauchst. Am Anfang würde ich vorschlagen, du holst dir diesen Weihnachtsbaum. Ich glaube, das ist die perfekte Größe für dich, weil dann musst du auch nicht so viele Sachen aufhängen. So ein Last-Minute Weihnachtsbaum. Perfekt für dich. Ich falle. Wenn du immer ble holst, muss es wieder collapsing. Also etwas schnell. Es war Jesus glücklich. Bis zum nächsten Mal. SM-arm-elnhing-oß dich. Voila! So, wie gefällt er dir denn? Findest du den cool? Okay, super. Ja, besser als gar nichts. Ich finde, nein, Weihnachten ohne Weihnachtsbaum, das ist das Genick da. Guck mal, hier ist es so richtig schön mit Schnee bedeckt. Okay. So, den müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und als nächstes gibt es direkt noch eine passende Girlande dazu. Guck mal, die passt auch zu meinem Oberteil. Jetzt kannst du dir einfach um den Weihnachtsbaum drum herum wickeln, damit der noch ein bisschen pompöser wird. Okay. Hast du meine Glöckchen? Guck mal, wie schön das reflektiert. Richtig magisch. Kann ich dir auch eigentlich direkt umhängen. Falls du das nicht am Weihnachtsbaum dran haben möchtest, können wir das auch als Schal benutzen für dich. Einfach so umhängen. Ja, schick siehst du aus. Okay. Oder, wie gesagt, wir machen das einmal hier so schön dran. Also. Guck mal, wie cool das aussieht. Guck mal, wie cool das aussieht. Okay, es geht. Es ist gar nicht so cool. Legen wir das zur Seite. Und machen wir weiter mit ein paar anderen Dekoartikeln. Weil ich finde, Weihnachtsbaum alleine reicht nicht. Einmal hier so ein schönes goldenes Winterschild. Damit auch jeder, der zu dir nach Hause kommt, weiß, dass es Winter ist. Ähm, genau. Schön am Glitzer. Vielleicht ein bisschen zu viel. Aber hey, es ist bald Weihnachten und es gibt nicht so etwas wie zu viel Glitzer. Von daher bin ich damit einverstanden. So, das kannst du dir einfach irgendwo aufstellen. In der Fensterbank zum Beispiel. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Ich habe es extra für dich mitgebracht. Also wenn du magst, können wir auch weitermachen. Okay. Okay. Bisschen zu viel Glitzer, aber egal. So, als nächstes habe ich auch noch so ein schönes Dekorstück mitgebracht. Das ist aus Gold und hier hat es so einen etwas größeren Stein und drumherum sind kleinere Straßsteinchen. Das kannst du dir dann einfach in den Weihnachtsbaum aufhängen. Dann können wir gleich auch noch machen. Oder da, wo noch Platz ist. Weißt du denn schon, wann deine Familie zu Besuch kommt und was du zu essen haben möchtest? Okay. Okay. Süßigkeiten, Snacks, ja. Also das volle Weihnachtsprogramm, was Gepäck angeht, ja. Okay, okay. Dann schaue ich gleich mal, was ich so mit hab. Und dann schaue ich gleich mal. Okay. 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 So. Dann habe ich dir noch mitgebracht etwas für deine Tier. Und das ist einfach so ein Türaufhänger mit einem Rehndier aus Holz und das kannst du dir dann vor deiner Tür aufhängen. Also an deiner Tür von außen und jeder der daran vorbeiläuft sieht, dass du dieses Jahr dir richtig viel Mühe gegeben hast mit der Dekoration und denkst dich so, wow, die haben aber ein schön dekoriertes Zuhause. Ist ja nicht mega niedlich und total hübsch hier mit den goldenen Akzenten. Und einfach wie das hier am Rande alles am Rande düst und hier auch sein Geweih. Oh ja, ich muss heute auch noch zu anderen... Ähm, ja, anderen faulen Entzern, so wie du, die es dieses Jahr nicht geschafft haben, alleine die und Zuhause zu dekorieren, weil die angeblich zu viel zu tun hatten. Und deswegen muss ich da wieder einspringen. Aber ich mach das gerne. Denn es sorgen ja alle ein schönes Weihnachten nach. Sehr gut, okay. Ach, jetzt haben wir das gar nicht aufgehangen. Na ja, egal, dann hängen wir halt das hier auf und dann, also wenn du magst, kannst du es dir auch zuhause so aufstellen, dass es, ähm, das hat was, oder nicht? Einfach mal so zwei Weihnachtsbäume in einem rein und... So, wie schon gesagt, möchte ich als nächstes ihr ein paar Süßwaren geben. Damit du auch deine Gäste versorgen kannst, wenn die denn da sind. Und, da bietet sich natürlich so eine Merry Christmas Box an. Das sind einfach zwei kleine, ich glaube das sind, die nennen sich Spatz, die Vögel und innen drin ist ganz gemütlich. Ganz, ganz köstliches Buttergepäck, also wirklich klassisch und... Ach, das, das duftet schon so herrlich. Tada! Guck mal, wie lecker das aussieht. Yum, 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 yum. Welchen Keks möchtest du denn am liebsten jetzt sofort essen? Einen mit so'n bisschen Zucker obendrauf oder eher so ein Spritzgebäck ist das, glaube ich. Die sehen alle wirklich super, super lecker aus. Und das sind auch zwei Reihen, also da sind wirklich genug da. Brauche ich dir nicht zeigen. Kannst du mir einfach glauben. Ich glaube mir, wenn du eine Weihnachtsparte schmeißen möchtest, kannst du mir sehr empfehlen. Und wenn die Box dann leer ist, kannst du einfach irgendein Nähzeug reinpacken. Jeder, der die Box aufmacht und denkt, das sind Süßigkeiten drinnen, wird sich dann ärgern. Okay, welchen möchtest du mit Zucker oder eher so ohne Zucker? Okay. Mit Zucker. Okay. Und auch. Yum, yum, yum. Ist lecker, oder? Ja. So. Das ist natürlich nicht alles. Ich habe auch andere Dinge vorbereitet. Und zwar Mini-Zucker-Stangen. 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 Auch wirklich ganz klassisch. Dürfen nicht fehlen, vor allem wenn Kinder dabei sind. Kinder lieben Zucker-Stangen. Und... Magst du denn welche? Nicht ganz so gerne. Ist ein bisschen schwer zu essen, ja. Also, die sind ja eigentlich so wie Lodge-Bonbons. So wie Lolli. Eher gesagt. Weil sonst brichst du dir die Zähne ab, wenn du da versuchst drauf zu kauen. So. Es tut mir leid. Ich habe den gebrochen gemacht. Na ja. Aber es gibt ja noch genug andere. Also... Alles gut. Sorry. Okay. Dann zeige ich dir noch weitere Süßigkeiten. 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 Einer meiner Favoriten auch. Einer meiner Favoriten auch. Einer meiner Favoriten auch. cortar. Und jetzt. Und jetzt. Ganz viele Farben, gelb, blau, grün, rot, rosa. Und von vorne sieht der mal mega cool aus. Voll freundlich, oder? Bisschen so wie ich. Das Kohle ist bei dem auch. Den kann man immer wieder auffüllen mit M&Ms. Braucht man danach ja nicht wegschmeißen, auf keinen Fall. Ich kann das nicht wegschmeißen. Okay, cool. Machen wir weiter mit der nächsten Süßigkeit. Und ganz ehrlich, ein Weihnachtsmann oder beziehungsweise ein Nikolaus darf einfach nicht fehlen in einem Zuhause. Also, zur Weihnachtszeit. Das ist das A und O. Das ist die Saison offiziell veröffnet. Ja, dann noch so einen schicken Goethe. Mit einer Schneeflocke als Medaillon. Und eine Schleife. Ich weiß nicht, magst du Zartbitter? Ja, ich habe jetzt Zartbitter mitgebracht. Ich weiß nicht. Ich hoffe, du magst es. Okay. Ich weiß nicht. Ja, das ist natürlich sehr gut. Ich habe jetzt auchhergellt. Ja, ich habe das ganze Weil. Aber gerne. Ich hab mich vermissen. Weil du es musst. Und wenn ich das jetzt certificieren muss, Ich hab mich mich nie gehört. Und wenn du das nicht mehr dazu möchtest, Beißt du immer den Kopf direkt ab oder wie isst du einen Weihnachtsmann? Also ich beiß immer direkt den Kopf ab. Ich glaube, das macht jeder so. Und dann kommen wir auch schon zu dem Wichtigsten. Ich würde sagen, weißt du denn schon, was du kochen möchtest an Heiligabend oder Weihnachten? Was es da zu wissen gibt für die Familie? Ja, sonst wäre ich auch nicht hier. Ich habe einen Kochbuch. Wir werden da jetzt zusammen reinkochen. Ich werde ein bisschen durchblättern und wir suchen gemeinsam ein Gericht aus, was du dann alleine kochen wirst. Da werde ich dir nicht bei helfen. Ich habe auch andere Dinge zu tun. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen so stöbern, was es hier so gibt. Schwierigkeitsgrad lassen wir erstmal außen vor. Ich gehe davon aus, dass du das hinkriegst. Und, ja, doch, doch. So, gucken wir mal. Okay. Geflügel. Etwas mit Geflügel. Für deine Gäste. Okay. So, dann wollen wir mal gratinierte Ziegenkäse auf Buk-Joy. Das fühlt sich aber mega cool an. Oder ist dir das doch ein bisschen zu schwierig? Ja, moment, ich gucke weiter. Oh, das ist gut. Kammerbärten in Mandelgrüste. 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 Kammerbärten Mandelgrüste. So könnte das aussehen. Oh, das hätte ich jetzt total gerne, muss ich aber sagen. Das hätte ich jetzt total gerne. Dafür brauchst du je einen halben Bund Petersilie und Schnittlauch. 250 Gramm fettahmer Joghurt, Salz, Pfeffer, Zucker, Knollen, Sellerie, ein großer Apfel, zwei Esslöffel Zitronensaft, zwei Esslöffel Mehl, vier bis sechs Esslöffel Paniermehl auch noch. So, vier Esslöffel Mandelblättchen, ein Ei, vier Kammerbärz und zwei bis drei Esslöffel Öl. Wer hat sich das an? Also, ich wäre dafür. Aber ich komme dann auch vorbei an Weihnachten, ne? Okay, gut. So, das muss ja auch mir schmecken. Ähm, was haben wir denn noch? Oh, wie wäre es mit überpackener Porree a la Bolognese? Und wäre es so lecker, oder? Total lecker. Wollen wir den auch nehmen? Der brauchst du auch. Ja, doch, der ist einfach. Da brauchst du nicht viel. Zwei große Stangen Porree, ein Zwiebel, gemischte Sack, Pfeffer, Tomaten, Gemüsebrühe, Mozzarella, Milch, blablabla. Hast du alles, kriegst du hin. Okay. Und zum Nachttisch, wollen wir mal gucken? Nachttisch, Nachttisch, Nachttisch. Oh ja, gräscher mit Kirschen und Amaretini. Amaretini, Amaretini. Guck mal. Wie gefällt dir das? Soll ich noch weitergucken? Du bist aber ganz schön am nächsten. Semmelschmaren mit Mirabellen und Pflaumen. Quarkpüffelchen und rote Grütze. Auch nicht. Ich schaue weiter. Ich gebe nicht auf. Ich schaue weiter. Ja, 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 ja. Ja. Okay, was sagst du denn zu? Grießnocken mit Panelesoce. Diese hier. Ja, bist du damit einverstanden? Okay. Das ist auch nicht so schwer. Super. Dann wäre mein Job schon erledigt, würde ich sagen. Ja, ich habe das gut gemacht. Du hast dein Haus jetzt auf jeden Fall weihnachtlich dekoriert. Wir haben süßes Gepäck ausgesucht und wir haben die Hauptgerichte ausgesucht für die Feier. Nächstes Mal versuch, bitte ein bisschen früher damit anzufangen. Nicht alles im letzten Moment, weil sonst wird es zu stressig, so wie dieses Jahr. Okay. Sehr gut. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg und freut mich, dass ich hier sein darf. Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. ... ...